Also ihr könnt nicht sehen oder beziehungsweise es hören, aber bei mir läuft eigentlich Musik im Hintergrund. Aber wenn ich die Kamera anmache, dann läuft leider keine Musik, ja. Aber ich will euch jetzt etwas vorstellen, meine Freunde. Ja, ich hatte so gute Laune, es macht so viel Spaß zu kochen für andere Menschen. Aber es ist zu dunkel hier, könnt ihr mich auch gut sehen, wenn ich hier bin. Fritz Cola, Fritz Cola, beste Cola der Welt, wirklich. Also es gibt keine bessere Cola auf der Welt als Fritz Cola. Wirklich, also wow. Diese ist ganz besonders, das kann man gar nicht so gut lesen wegen Spiegel verkehrt und so. Aber Karamell Kaffee, Karamell Kaffee, was? Cola, Karamell Kaffee? Leute, wenn ihr die nicht probiert habt, dann wisst ihr nicht, was da eine geile Cola ist. Warte mal hier. Machen wir mal aufgeschnellt. Die riecht halt so nach Kaffee, ich stehe halt auf kalten Kaffee, wisst ihr, Cold Brew Coffee, einfach das Geilste. Und die hat so ein, einfach so ein geiles Aroma, ehrlich. Die Standard-Cola von denen schmeckt natürlich auch richtiger, kommt aus Hamburg übrigens. Ich muss einfach Werbung machen, unbezahlte Werbung. Aber ehrlich, also wenn ich eine Cola trinken wollen würde, dann hör mal die hier. Also wenn ich jetzt hier, wie sagt man, letzte Mahlzeit, boah, da will ich mir gar nicht viele Gedanken machen, was ich trinken wollen würde, weil es nämlich Fritz-Cola Kaffee-Karamell wäre. Das ist mein absolutes Lieblingsgetränk. Absolut Nummer eins. Es gibt kein geileres Getränk auf der Welt als dieses. Ich liebe Wasser natürlich, deswegen sagen wir jetzt einfach Mischgetränke. Das hier, Fritz-Cola. Also schickt mir doch mal was nach Chile, bitte. Oh, mein Timer. Ich muss weiter kochen, Leute. Auf Wiedersehen. Man kann einfach nicht genug kriegen davon. Einfach lecker. Lecker.